Herzlich willkommen zu Folge 301 des FAZ Einspruch Podcast, des Podcasts der FAZ zu Recht, Justiz und Politik. Mein Name ist Stefan Klenner, heute ist der 29. Mai 2024 und bei mir ist wieder Katharina Iskander. Hallo Katharina. Hallo Stefan. Katharina, wir haben heute wieder eine volle Sendung. Es ist in der vergangenen Woche wirklich viel passiert, vor allem völkerrechtlich. Es gab ja einmal am Freitag die Entscheidung des Internationalen Gerichtshofs zur israelischen Offensive in Rafah und dann auch noch Anträge auf Haftbefehle, einmal gegen Netanyahu und Verteidigungsminister Galland, zum anderen auch gegen drei Hamas-Führer durch den Chefankläger am Internationalen Strafgerichtshof, Karim Kahn. Ich bin dazu verabredet mit Professor Kai Ambos, Völkerrechtler an der Universität Göttingen und wir werden versuchen, diese sehr schwierige Materie ein bisschen zu sortieren. Ja und danach haben wir dann ein Thema, was sich eher hier mit Fokus in Deutschland beschäftigt. Genau. Beim nächsten Thema kommen wir sozusagen von der großen weiten Welt hier zurück nach Deutschland. Und da sprechen wir darüber, dass Bodo Ramelow, der linken Politiker, der Thüringer Ministerpräsident, ja vorgeschlagen hat, eine Volksabstimmung über das Grundgesetz durchzuführen. Das ist natürlich jetzt 75 Jahre Grundgesetz. Ja, über das Thema, über das Deutschland spricht, ein sehr brisanter Zeitpunkt seines Vorschlags. Aber das hat er natürlich auch gezielt so gewählt. Und ja, darüber sprechen wir und versuchen, das so ein bisschen einzuordnen, was da die Hintergründe sind. Genau. Da spielt ja die Schlussnorm des Grundgesetzes eine wichtige Rolle und wir schauen uns die dann auch ganz genau an. Ja und danach kann man sagen, wenn man dann sozusagen den Fokus auf ganz Deutschland noch enger zieht, geht es direkt hier in den FAZ-Tower. Du bist mit Tilman Winterling verabredet. Genau. Mit Tilman werde ich darüber sprechen, wie sich das Medienrecht in den vergangenen Jahren verändert hat. Es kommen ja immer wieder verschiedene Aspekte auf, mit denen alle Medienhäuser zu tun haben. Fragen wie, wie geht man mit Verdachtsberichterstattung um? Ja, was sind so die großen Leitlinien, die journalistisch auch einfach immer wieder aufkommen, mit denen sich dann die Hausjuristen zu beschäftigen haben? Und da gibt der Tilman mal einen Einblick in unser Haus. Und ja, ich denke, das wird ganz spannend, was der Tilman da alles zu erzählen hat. Ja, auf jeden Fall. Das Ganze hat natürlich einen Hintergrund. Wir rufen ja regelmäßig auch hier in den Folgen des FAZ-Einspruch-Podcasts dazu auf, dass sich auch Referendare bei uns bewerben können. Und wir haben immer wieder Zuschriften bekommen, auch von Hörern. Was verbirgt sich denn da genau dahinter? Was macht man eigentlich dann im Referendariat? Und deshalb haben wir gesagt, wir nehmen eben einen unserer Hausjuristen auch mal mit hier in die Sendung, um das ein bisschen zu erklären. Natürlich gibt es in der heutigen Folge auch wieder ein gerechtes Urteil. Das wird diesmal aus Berlin kommen, beschäftigt sich mit den Protokollen des Corona-Expertenrates. Und ganz zum Ende der Sendung haben wir dann auch den Hinweis aufs Grundgesetz-Quiz. Da geht es jetzt auf die Zielgerade. Man kann nur noch in diesem Monat, also im Mai, daran teilnehmen. Aber jetzt freue ich mich erstmal auf Herrn Professor Ambos. In der vergangenen Woche stand Israel völkerrechtlich im Fokus. Zunächst gab der Chefankläger beim Internationalen Strafgerichtshof bekannt. Er habe Haftbefehle gegen drei Hamas-Führer, aber auch gegen Israels Ministerpräsident Netanyahu und Verteidigungsminister Galland beantragt. Am Freitag entschied dann der Internationale Gerichtshof der Vereinten Nationen, Israel solle umgehend seine Militäroffensive in Rafah beenden. Über diese Entwicklung spreche ich nun mit Kai Ambos. Er ist Professor für Straf- und Strafprozessrecht, Rechtsvergleichung, Internationale Strafrecht und Völkerrecht an der Georg-August-Universität in Göttingen. Guten Morgen, Herr Professor Ambos. Guten Morgen, Herr Klenner. Herr Professor Ambos, fangen wir bei den Anträgen von Karim Khan, dem Chefankläger des Internationalen Strafgerichtshofs an. Was genau wirft er den Hamas-Führern vor und was Staatsministerpräsident Netanyahu und Verteidigungsminister Galland. Gegenüber den drei Hamas-Führern geht es um Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Mord, Extermination, also die Ausrottung von Personen, also die Tötung von Hunderten von israelischen Zivilisten am 7. Oktober. Und es geht natürlich auch um das Verbrechen der Geiselnahme, was ja sowohl im internationalen wie im nicht-internationalen bewaffneten Konflikt als Kriegsverbrechen strafbar ist. Er geht davon aus, dass 245 Personen zu Geiseln genommen wurden und ermittelt auch weiter bezüglich von Sexualstraftaten. Er spricht insoweit von eigentlich einem dringenden Tatverdacht, aber behält sich da vor, noch weitere Schritte zu unternehmen, um das sozusagen noch zu ergänzen. Bezüglich Herrn Netanyahu und Herrn Galland geht es jetzt im Kern um die israelische Kriegs- oder Kampfführung im Gaza-Krieg. Insbesondere wird nicht das Selbstverteidigungsrechts Israel in Frage gestellt. Das wird sogar noch betont. Das hat er auch außerhalb dieses Antrags noch mal in Interviews betont. Und da steht eben im Mittelpunkt dieses sogenannte Verbrechen des Aushungerns der Zivilbevölkerung, was allerdings nur im internationalen Konflikt strafbar ist, was durchaus ein Problem da noch sein kann. Und da ist eben das Argument, dass Israel durch die, vor allem durch den Entzug von humanitärer Hilfe oder durch das Verursachen der humanitären Situation im Gaza-Streifen, dieses Verbrechen des Aushungerns der Zivilbevölkerung, die dann sozusagen als Kriegswaffe gebraucht, begeht. Ferner werden auch Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Mord und andere unmenschliche Handlungen und vielleicht besonders interessant auch das Verbrechen der Verfolgung vorgeworfen. Also dieses Verbrechen gegen die Menschlichkeit der Verfolgung, das stellt ja ab auf einen spezifischen Verfolgungsgrund, nämlich die Verfolgung einer bestimmten Gruppe oder von Personen aufgrund irgendwelcher Überzeugungen, ethnischer Herkunft, politischer Überzeugungen. Das ist ja sozusagen, wenn Sie so wollen, ein kleines Genozidverbrechen. Ja, das ist ein sehr gewaltiger Vorwurf. Wir werden uns gleich mal angucken, ob da sozusagen auch Substanz dran ist, ob tatsächlich dann ein Haftbefehl erlassen wird. Das wird ja in den kommenden Wochen eine Vorverfahrenskammer des Internationalen Strafgerichtshofs entscheiden. Erste Voraussetzung dafür ist aber überhaupt die Zuständigkeit. Israel gehört nicht zu den 124 Vertragsstaaten des römischen Statuts, das ja die Regeln des Gerichtshofs bestimmt. Scheitern die Haftbefehle also womöglich schon an der Zuständigkeit? Das würde ich nicht sagen, denn Palästina ist ja dem Statut beigetreten und hat auch Überweisungen gemacht. Und es gibt eine Entscheidung der Vorverfahrenskammer, allerdings eine knappe Entscheidung mit zwei zu eins Stimmen, wo die Vorverfahrenskammer entschieden hat. Übrigens ist auch Vorlage der Vorgängerin von Herrn Kahn, Fatou Ben Souda, um das zu klären, dass für die Zwecke des römischen Statuts Palästina als Staat betrachtet werden kann. Also für die Zwecke der Jurisdiktion, der Zuständigkeit des Gerichtshofs. Und danach ist Palästina dem Statut beigetreten und nimmt auch aktiv teil in der Vertragsstaatenversammlung, was ja das Organ, das Governance-Organ des Gerichtshofs ist. Und da gab es eben auch keinen Widerspruch, insbesondere auch nicht von Deutschland. Insofern muss man davon ausgehen, dass die Zuständigkeit gegeben ist. So ganz 100 Prozent ist die Frage allerdings nicht. Man kann durchaus einen Einwand von Seiten Israels jetzt nochmal machen, also dieses Thema nochmal sozusagen vorbringen. Ja, wenn man die klassische völkerrechtliche Lehre anwendet, dann sind da ja durchaus Fragezeichen angebracht. Ich habe in der Völkerrechtsvorlesung noch gelernt, die Staatlichkeit setzt auf drei Kriterien, Staatsvolk, Staatsgebiet und Staatsgewalt. Zumindest bei der Staatsgewalt kann man ja in Palästina ein sehr, sehr großes Fragezeichen machen. Die Autonomiebehörde hat nicht mal das ganze Westjordanland unter Kontrolle im Gaza-Streifen, worum es ja jetzt geht, hat sie keinen Einfluss. Ist nicht dann diese, wie Sie ja auch selber gesagt haben, sehr knappe Entscheidung der Vorverfahrenskammer dann doch auch etwas fragwürdig? Die Vorverfahrenskammer entscheidet nicht über die Staatlichkeit Palästinas, die in der Tat befraglich ist. Das ist ja jetzt eine parallele Diskussion, die nochmal durch die Anerkennung der drei EU-Mitgliedstaaten ganz aktuell nochmal angeregt wurde, sondern sie entscheidet nur, sie entschied nur über die Frage, ob Jurisdiktion, Zuständigkeit des Gerichtshofs über dieses Territorium im Sinne von Artikel 12 des Statuts besteht. Sie hat also eine sehr eingeschränkte Entscheidung rein prozessualer, sogar noch enger rein jurisdiktioneller Natur getroffen und keine Substanzentscheidung, was auch deswegen wichtig ist, weil damit auch die Frage der Kategorisierung der Art des Konflikts international oder nicht international durchaus nochmal jetzt vor den Richtern diskutiert werden kann. Aber ist das nicht ein bisschen inkonsequent? Auf der einen Seite tut man bei der Zuständigkeit so, als sei Palästina ein Staat. Auf der anderen Seite ist es dann auf materieller Ebene wichtig, dass es gerade kein Staat ist. Das wirkt wie ein Wertungswiderspruch. Das kann man so sehen. Es war für die Vorverfahrenskammer die Frage, worum geht es genau? Es geht um die Frage, ob für den Artikel 12 des Statuts, der die Zuständigkeit des Gerichtshofs an ein bestimmtes Territorium, an ein Hoheitsgebiet knüpft, für diesen Zweck diese palästinensischen Gebiete ausreichend sind. Und da wird eben explizit gesagt, wir entscheiden hier nicht, da sind wir auch gar nicht befugt über die Staatlichkeit. Das wäre der IGH oder das ist dann die UNO und der Sicherheitsrat, die das entscheiden müssen. Und natürlich kann man das als Wertungswiderspruch sehen. Und es gab ja eben auch die Descending Opinion des ungarischen Richters, der auf Oslo Bezug genommen hat und das sehr genau studiert hat und eben gesagt hat, wir können eigentlich der Frage der Staatlichkeit im klassischen völkerrechtlichen Sinne nicht ausweichen. Es ist quasi die Quadratur des Kreises. Aber so ist es eben entschieden worden und vor allem hat die Staatenpraxis hat sich dagegen eben auch nicht gewendet. Also die Praxis der Vertragsstaaten. Wenn man jetzt sich die Zuständigkeit noch weiter anguckt, dann gibt es ja da noch andere Prüfungskriterien. Ein Prüfungskriterium ist auch das Kriterium der Komplementarität. Das bedeutet der Vorrang der staatlichen Justiz. Die israelische Justiz hat in der Vergangenheit immer wieder auch gegen Politiker und Militärs wegen Fehlverhalten in Kriegssituationen ermittelt. Heißt das, dass der Strafgerichtshof hier nur nachrangig zuständig ist? Und wenn es jetzt etwa um Ministerpräsidenten Netanyahu und um Verteidigungsminister Galland geht, dass bevor dann diese Haftbefehle zugelassen werden würden, dass man dann erstmal abwarten muss, was Israel macht? Es geht hier um eine Zulässigkeitsfrage, eine Frage der Admissibility, die in Artikel 17 bis 19 des Statuts geregelt ist und die eigentlich einen zweistufigen Test voraussetzt. Zum einen ist zu prüfen, gibt es eine Aktivität des betroffenen Staates? Also gibt es irgendwelche Ermittlungsverfahren, Ermittlungen? Und wenn es eine solche Aktivität gibt, dann ist grundsätzlich dieser Staat auch zuständig. Der Gerichtshof muss zurücktreten, außer der Staat ist unwillig und unfähig. Das ist sozusagen die materielle Prüfung, die immer vorgenommen werden muss. Aber dann müssen wir weiter unterscheiden zwischen dem Verfahrensstadium und zwar zwischen der Situation und zwischen der Konkretisierung durch Fälle. Und in diesem Stadium befinden wir uns ja jetzt. Also wenn Sie Haftbefehle beantragen, richten die sich ja gegen bestimmte Personen. Insofern ist schon eine Konkretisierung eingetreten. Und bezüglich der Situation sprechen wir von der Situation Palästina, die ja schon vor dem 7. Oktober eigentlich schon seit 2014 in der Zuständigkeit des Gerichtshofs ist. Und die Vorgängerin von Herrn Kahn hat ja 2021 ihre Vorermittlungen abgeschlossen und gesagt, es gibt hier einen hinreichenden Verdacht von Kriegsverbrechen im Gazastreifen bezüglich anderer Vorfälle, also israelischer Operationen und auch diesen berühmten Friedensmarsch, die es da gab mit den Protesten an der an der Grenzmauer da am Gaza. Und damals wurde Israel nach Artikel 18 auch notifiziert. Das ist so vorgesehen im Statut. Der betroffene Staat, und zwar Israel und auch Palästina in dem Fall, wird notifiziert. Und er hat in einem Monat Zeit den Einwand der Komplementarität zu erheben. Damals hatte Israel nicht reagiert. Und aus Sicht der Anlagebehörde, und das ist meines Erachtens auch übereinstimmend mit der Rechtsprechung in anderen Situationen, das kann ich gern noch erläutern, ist es immer noch die gleiche Situation, auch wenn mit dem 7. Oktober ein neues Ereignis eingetreten ist und mit dem Gaza-Krieg ein neues Ereignis. Aber es geht immer noch um die Palästina-Situation, sodass wir jetzt in einer neuen Phase sind, nämlich der Phase des konkreten Falles. Und da haben wir eine andere Vorschrift, nämlich Artikel 19, die auch dem Staat bzw. den konkret Angeklagten die Möglichkeit gibt, den Einwand der Komplementarität zu erheben. Wobei die Anlagebehörde im Rahmen der Ermittlungen auch die Komplementarität geprüft hat. Sie hat also hier, bevor sie diesen Antrag gestellt hat, natürlich geschaut, gibt es Ermittlungsverfahren und zwar gegen diese bestimmten Personen wegen der Tatvorwürfe. Also das ist der sogenannte Same-Conduct-Same-Person-Test. Und bezüglich der Personen ist es ja ziemlich klar, man müsste also Ermittlungsverfahren haben gegen Netanjahu und Galant. Die liegen nicht vor und deswegen konnte die Anlagebehörde diesen Antrag stellen. Aber natürlich haben die beiden die Möglichkeit, diesen Einwand nochmal gelben zu machen vor den Richtern. Aber ist es wirklich glaubhaft oder überzeugend zu sagen, das ist jetzt immer noch dieselbe Situation wie 2014, als diese ganze Palästina-Angelegenheit erstmals zur Sprache kam? Ich meine, es ist offenkundig, dass der 7. Oktober eine Zäsur war. Ja, es ist aber keine andere Situation im Sinne der Rechtsprechung des Gerichtshofs. Wenn Sie zum Beispiel Ukraine nehmen, das ist ja der Parallelfall, der uns besonders betrifft. Da haben wir auch schon Ermittlungen gehabt, also Annexion der Krim, die Unruhen im Donbass im Norden. Und als die eigentliche Invasion, die formale Invasion, um es so zu nennen, Russlands stattgefunden hat, ist die Situation nicht geändert worden. Es ist die gleiche Situation Ukraine. Wir haben eigentlich nur zwei Situationen, nämlich Zentralafrikanische Republik und Venezuela, wo neue Situationen gemacht wurden. Das kann man ganz gut am Fall Venezuela sehen. Da ist ja die erste Situation, geht es um Verbrechen des Maduro-Regimes gegen Oppositionelle. Und dann gab es die zweite Situation, die das Maduro-Regime selbst vorgebracht hat, Verbrechen gegen das Maduro-Regime, die von den USA initiiert werden. Und da war die Angriffsrichtung eine ganz andere. Da wird quasi das Maduro-Regime zum Opfer von Verbrechen. In der ersten Situation ist es Täter. Und da hat der Gerichtshof zwei Situationen draus gemacht. Aber im Falle der Ukraine, auch im Falle Libyens, war es immer die gleiche Situation. Also die Tatsache, dass dann ein neuer militärischer Angriff so schlimm und wichtig er auch sei, stattfindet, ändert nichts an der Situation im rechtlichen Sinne. Okay, nehmen wir mal an, das wäre so. Dann ist ja sozusagen die nächste Ebene, die jetzt die Vorverfahrenskammer prüfen muss. Wie ist die Beweisdichte? Da wird für den Erlass eines Haftbefehls im römischen Statut ja ein begründeter Verdacht verlangt. Wir kennen das aus dem deutschen Strafrecht. Da haben wir als Voraussetzung den dringenden Tatverdacht. Ist das von der Beweisdichte auf derselben Stufe? Ich würde eher sagen hinreichender Tatverdacht wie im deutschen Zwischenverfahren. Also die wörtliche Formulierung ist ja reasonable grounds to believe. Und das würde ich eher mit dem hinreichenden Tatverdacht vergleichen. Aber das sind natürlich jetzt Spitzfindigkeiten. Der Herr Kahn hat ja sogar gesagt, er verlangt mehr. Er verlangt nämlich eine Verurteilungswahrscheinlichkeit. Also das geht natürlich stärker in den dringenden Tatverdacht, vielleicht sogar noch mehr. Ja, dann gucken wir uns doch konkret mal an, ob die Beweisdichte, wenn sie sogar so, also die Voraussetzungen so hoch sind, ob das tatsächlich gegeben ist. Damit kommen wir jetzt sozusagen zu dem materiellen Blick auf die Vorwürfe. Sie haben ja schon ganz zu Beginn unseres Gesprächs gesagt, was im Einzelnen den Hamas-Führern, aber auch Ministerpräsident Netanyahu und Verteidigungsminister Galland vorgeworfen wird. Ich glaube, bei den Hamas-Führern ist die Beweislage recht klar. Hauptvorwurf bei Netanyahu und Galland ist das angebliche Aushungern der Zivilbevölkerung im Gazastreifen. Da haben Sie auch vorhin noch mal drauf abgestellt, was ja ein Kriegsverbrechen wäre. Steht das nicht auf sehr dünnem Fundament? Israel lässt täglich bis zu 400 Lastwagen mit Hilfslieferungen in den Gazastreifen. Sieht so wirklich eine Strategie des Aushungerns aus? Also zunächst muss man mal sagen, dass wir natürlich keinen Zugang haben zu dem gesamten Beweismaterial. Das hat eigentlich niemand außer die Anklagebehörde und jetzt die drei Richter. Und vor allem dieser Expertenpanel, das möchte ich noch mal hervorheben. Es wurde ja ein Expertenpanel eingerichtet, dem ganz anerkannte Völkerrechtler angehören, unter anderem Theodor Meron, der 94 Jahre alte ehemalige Präsident des Jugoslawien-Tribunals, seines Zeichens selbst amerikanischer Jude, Berater der israelischen Regierung im Sechstagekrieg 1967, dann israelischer Botschafter, später in der US-amerikanischen Delegation in Rom, also unter der Clinton-Regierung. Also eine ganz anerkannte Größe. Und dann gibt es auch noch einen anderen jüdischen Kollegen, den Herrn Friedman aus London, der in dieser Gruppe ist. Und die haben ja übereinstimmend die Anträge des Anklägers bestätigt und haben auch Zugang zu allen Beweisen gehabt und waren auch in Den Haag mehrere Tage und haben auch mit den Ermittlern das Beweismaterial diskutiert und auch die Subsumption. Und das ist natürlich sozusagen die Voraussetzung. Das ist sehr schwer jetzt von außen zu beurteilen, ob die Beweise ausreichen. Rechtlich gesehen kann man natürlich bei dem Kriegsverbrechen des Aushungerns sich fragen, wie dieses Intent Erfordernis, dieses Absichtserfordernis oder dieser Vorsatz zu verstehen ist. Und das ist sehr, sehr strittig. Wir haben da auch keine Rechtsprechung dazu. Es ist vielleicht nicht so hoch anzusetzen wie beim Genozid, aber ich muss eben die Zivilbevölkerung intentionally, jetzt ist die Frage, wie wir das übersetzt, vorsätzlich oder absichtlich aushungern wollen. Und da gibt es natürlich schon Gegenargumente. Das wird eine heiße Diskussion werden. Das, was Sie sagen, zum Beispiel, dass ja humanitäre Hilfslieferungen reinkommen und es gibt ja auch schon wieder Streit darüber, sind es jetzt mehr oder weniger. Das sind immer so faktische Fragen, die sehr schwer zu beurteilen sind von der Ferne. Aber jedenfalls passiert humanitär was. Das kann man nicht bestreiten. Spricht das nicht gegen, indiziell gegen einen Vorsatz des Aushungerns. Ja. Und das sind alles Fragen, die dann zu klären sein werden, aber die sehr schwer abstrakt zu beurteilen sind. Wir brauchen ja immer einen genauen Sachverhalt wie in einer schönen juristischen Klausur. Und dann können wir das Recht darauf anwenden. Aber uns fehlt natürlich hier die gesamte Sachverhaltskenntnis. Sie hatten vorhin sogar davon gesprochen, dass einer der Vorwürfe in die Richtung eines kleinen Genozids geht, so hatten Sie sich, glaube ich, ausgedrückt. Können Sie das noch mal genau erklären? Und was steckt da dahinter? Was wäre da auch an Beweisen für notwendig, damit das wirklich durchgeht? Wir haben in dem Verbrechen je die Menschlichkeit, das ja auch in Friedenszeiten anwendbar ist, also wo wir kein Anwendungsproblem haben bezüglich der Art des bewaffneten Konflikts, wie beim Kriegsverbrechen, auch dieses sogenannte Verbrechen der Verfolgung, Persecution. Die Verfolgung meint die vorsätzliche und ernsthafte, den ernsthaften Entzug von Grundrechten einer bestimmten Gruppe im Widerspruch zum Völkerrecht und zwar by reason of the identity of the group or collectivity, also aufgrund der Identität der Gruppe oder dieses Kollektivs. Und was mit Identität gemeint ist, ist eigentlich das, was wir auch im Kern, im Gruppenbegriff haben beim Genozid, nämlich die ethnische, die rassische, die nationale, die religiöse Identität. Also hier geht es um die Identität der Palästinenser. Also man kann sagen, eine ethnische oder nationale Identität. Und dieses Verbrechen setzt also voraus, dass ich diese Rechte entziehe aufgrund dieser Identität. Und das hat natürlich eine diskriminierende Stoßrichtung. Ja, und ich brauche auch einen Vorsatz, den sogenannten discriminatory intent, also den diskriminierenden Vorsatz der Persecution. Und wenn man jetzt keinen Genozid hat, ist das immer sozusagen das Fallback, der Auffangtat, bestand, weil es eben auch gegen die Gruppe geht. Natürlich nicht im Sinne der Zerstörung der Gruppe. Ja, es geht also nicht um die Existenz. Es kann aber auch die Existenz betreffen. Es geht also nicht so weit grundsätzlich wie der Genozid. Aber es ist eben auch auf die Identität bezogen. Und insofern kommt es dem Genozid sehr nah und es hat sehr hohe Anforderungen. Ja, dann dürfte auch das zumindest kein einfaches Unterfangen sein, wenn es dann wirklich um die Prüfung des Haftbefehls geht. Ich würde gerne noch auf eine andere Beweisschwierigkeit zu sprechen kommen. Und zwar ist es ja so, dass bei Kriegsverbrechen es quasi ein Grundsatz ist, dass man immer sehr sauber zwischen Beteiligten an den Kriegshandlungen und Zivilisten unterscheidet. Jetzt ist es so, dass die Hamas sehr, sehr viel dafür tut, dass diese Unterscheidung schwierig ist. Es gibt Tunnelsysteme unter Krankenhäusern. Es ist ausgesprochen schwierig zu unterscheiden, wann werden Zivilisten betroffen, wann Hamas-Kämpfer. Spielt das auch eine Rolle? Naja, also wie Sie richtig sagen, wir haben drei Grundsätze für das Recht des bewaffneten Konflikts, also die Art der Kriegsführung, nämlich das Unterscheidungsprinzip. Unterscheiden wir bitte zwischen zivilen Opfern, Sachen und Militärischen. Dann die Vorsorgemaßnahmen, die Precautionary Measures, die die Kriegsparteien vornehmen müssen und die Verhältnismäßigkeit. Und natürlich muss man, wenn man jetzt ganz konkret über Verhältnismäßigkeit spricht und den sogenannten Kollateralschaden, wo es ja im Kern darum geht, ob ein bestimmter militärischer Angriff auf ein militärisches Ziel, was ja durchaus auch ein grundsätzlich ziviles Objekt sein kann, was militärisch gebraucht wird, Stichwort Tunnel unter Krankenhäusern, unter Schulen. Da muss ich eben fragen, ob der militärische Vorteil, den ich habe durch diesen militärischen Angriff, die zivilen Schäden aufwiegt. Das ist also eine Abwägungsentscheidung und in der englischen und französischen Fassung wird ein exzessiver Kollateralschaden verlangt. Also in der deutschen Übersetzung heißt es nur, es darf, wenn es in keinem Verhältnis steht zu dem Schaden, dann ist es eben ein unterschiedsloser Angriff, der das Unterscheidungsprinzip verletzt. Und das ist aus verschiedenen Gründen schwierig. Zum einen ist die Frage, wie ist dieser Vorteil zu definieren? Also ist der sehr konkret zu definieren oder reicht da auch ein allgemeiner militärischer Vorteil? Das ist zum Beispiel die israelische Position, auch der USA, United Kingdom und so weiter. Und dann, wie ist diese Verhältnismäßigkeit konkret auszugestalten? Da gibt es dann eben oft so Zahlenspiele. Wenn ich jetzt irgendwie doppelt so viele Opfer habe, zivile Opfer als militärisch legitime Ziele, zum Beispiel Mitglieder der Hamas, dann bin ich im Bereich der Unverhältnismäßigkeit. Aber da gibt es natürlich unterschiedliche Auffassungen. Insoweit, und da muss man auch bei der Abwägung natürlich die konkrete Kampfsituation, Operationssituation betrachten. Also es ist ja immer die konkrete, den konkreten militärischen Angriff muss man immer betrachten. Und da kommt es dann konkret darauf an, wie war da die operative Situation. Also gab es da Zivilisten in der Nähe und man konnte gar nicht vermeiden, dass die getötet werden. Also ist das sozusagen zwingend Kollateralschaden herbeigeführt worden. Wo wurde herbeigeführt? Insofern ist die, natürlich ist die Frage des Verhaltens der anderen Partei hier der Hamas dann relevant in dieser Abwägungsfrage. Aber es entbindet eben den Kriegführenden, den Angreifenden, in dem Fall eben die israelische Armee, nicht davon, alles dafür zu tun, zivile Schäden zu verhindern. Und es löst auch nicht die Frage, wo wir da die rote Linie ziehen. Nehmen wir mal an, trotz all dieser Schwierigkeiten würden jetzt am Ende die Haftbefehle ausgestellt. Dann hört man immer wieder, dann müsste Ministerpräsident Netanyahu, wenn er in Deutschland wäre, verhaftet werden, aufgrund der Verpflichtungen aus dem römischen Statut. Und wenn man Artikel 27.2 des römischen Statuts anguckt, da steht ja auch, Immunitäten aufgrund amtlicher Eigenschaften hindern den Gerichtshof nicht an der Ausübung der Gerichtsbarkeit. Das heißt, es scheint ja tatsächlich auch erstmal zu sein, als wäre Deutschland dann eben verpflichtet, ihn festzunehmen. Auf der anderen Seite gibt es aber auch Artikel 98.1 des römischen Statuts, wonach der Gerichtshof kein Überstellungsgesuch stellen darf, das vom ersuchten Staat verlangen würde, in Bezug auf die Staatenimmunität oder die diplomatische Immunität einer Person entgegen seiner völkerrechtlichen Verpflichtung zu handeln, sofern der Gerichtshof nicht zuvor die Zusammenarbeit des Drittstaats im Hinblick auf den Verzicht der Immunität erreichen kann. Das ist ja nochmal so eine Ausnahme oder eine Hürde, zumindest liest es sich so. Wie stehen diese Normen in Verhältnis und könnte Israel sich dann auf Artikel 98.1 berufen? Genau, das ist ein Spannungsverhältnis. Wir haben, wie Sie zu Recht sagen, die Grundaussage, dass es vor dem Internationalen Strafgerichtshof und das ist quasi in der Fortsetzung von Nürnberg keine Immunitäten gibt. Niemand steht über dem Gesetz. Der Spruch The King can do no wrong ist nicht anwendbar. Dann haben wir aber das zwischenstaatliche Verhältnis und darauf stellt Artikel 98 ab und zwar in Absatz 1 und Absatz 2 und der Absatz 1 eben auf existierende Immunitäten unter Völkerrecht. Und da müsste man erstmal feststellen, gibt es da Immunitäten? Und wir würden sagen, nach der EGH-Rechtsprechung, und das ist ja auch die deutsche Position, gibt es jedenfalls für die Trias, also den Premierminister, den Präsidenten und den Außenminister. Das betrifft übrigens dann auch natürlich Putin und die sogenannte Droika, gibt es im zwischenstaatlichen Verhältnis Immunität, die wir beachten müssen. Wir könnten also, wenn wir jetzt bei der Generalbundesanwaltschaft ein Ermittlungsverfahren gegen Putin oder Herrn Netanjahu durchführen, ihn nicht festnehmen, weil wir gebunden sind an die zwischenstaatliche Immunität. Er ist Head of State, der ist das Staatsoberhaupt von Israel, respektive Russland und hat eine abgeleitete persönliche Immunität, solange er im Amt ist. Die respektieren wir auch. Im Falle eines ISTGH-Haftbefehls handeln wir aber nicht zwischenstaatlich, sondern wir exekutieren diesen Haftbefehl. Und die Rechtsprechung der Berufungskammer des Gerichtshofs hat eben in der Jordanien-Entscheidung gesagt, da ging es um Al-Baschir, die Nicht-Festnahme von Al-Baschir in Jordanien, was ja Vertragsstaat ist, dass es keine Immunität gibt und dass die Vertragsstaaten verpflichtet seien, die Haftbefehle auszuführen und deswegen die Gesuchten festzunehmen. Insofern hat man da eine feste Rechtsprechung des Strafgerichtshofs und das Kernargument ist eben, dass wir keinen nationalen Haftbefehl vollstrecken, also etwa einen der Generalbundesanwaltschaft, den dann der Ermittlungsrechter beim BGH ausgestellt hat, sondern einen wirklich internationalen Haftbefehl, nämlich vom Internationalen Strafgerichtshof. Ich würde zum Ende gerne, weil wir jetzt die ganze Zeit über den Internationalen Strafgerichtshof gesprochen haben, noch auf die Entscheidung des Internationalen Gerichtshofs der Vereinten Nationen zu sprechen kommen. Das ist ja ein völlig anderes Gericht. Auch wenn es ebenfalls in Den Haag sitzt, muss man auseinanderhalten und das hat entschieden am vergangenen Freitag, Israel müsse die Militäroffensive in Rafah stoppen. Grundlage war ein Eilantrag Südafrikas. Der Wortlaut der Anordnung ist, Israel müsse umgehend seine Offensive einstellen, wie auch alle anderen Aktionen im Gebiet von Rafah, die den Palästinensern in Gaza Lebensbedingungen auferlegen, die ihre vollständige oder teilweise physische Vernichtung herbeiführen könnten. Hat sich das Gericht damit den Genozidvorwurf Südafrikas gegenüber Israel zu eigen gemacht? Nein, das würde ich nicht so sehen. Aber was schon mal wichtig ist, es geht ja um die Genozidkonvention. Das heißt, es geht immer um die Frage, wurden Rechte aus der Genozidkonvention hier der palästinensischen Bevölkerung verletzt? Und es geht eben um die große Frage, ob die Art der Kampfführung dazu Anlass gibt, zu vermuten, dass Rechte aus der Konvention verletzt werden. Das hält dieses Risiko, hält der Gerichtshof für plausibel. Das hat er schon in der ersten Anordnung vom Januar gesagt. Und deswegen hat er eben diese Anordnung getroffen, die damals ja lautete, letztendlich nicht auf Abstellung der Feindseligkeiten, wie Südafrika beantragt hat. Aber haltet euch bitte an die Genozidkonvention und verfolgt vor allem die Aufschlachelung von Genozid, die von israelischen Politikern, bestimmten Politikern geäußert wird. Jetzt ist der Gerichtshof offensichtlich weitergegangen, weil er konkret die militärische Operation in Rafa, also nur in Rafa, nicht im gesamten Gaza-Gebiet, sich vorgenommen hat und gesagt hat, dies sollte gestoppt werden. Aber die Formulierung ist sehr ambivalent. Da wird jetzt extrem viel drüber gestritten, weil da ein Komma steht. Also es wäre klar gewesen, wenn dieser Absatz, den Sie vorgelesen haben, das ist ja der operative Paragraf 2a, das ist quasi der Tenor der Entscheidung, wenn da stehen würde, immediately hold its military offensive in Rafa, Punkt oder Semikolon, das steht da aber nicht, sondern da steht ein Komma und dann kommt and any other action, also diese anderen Handlungen in Rafa und dann kommt dieser berühmte Nebensatz, which may inflict on the Palestinian group in Gaza conditions of life that could bring about its physical destruction. Das ist ja aus der Genozidkonvention. Also jetzt ist halt die Frage, bezieht sich dieser Nebensatz auf den zweiten Teil dieser anderen Handlungen oder bezieht er sich auch auf die militärische Offensive in Rafa? Und wenn man das vertritt, das wäre eine engere Auslegung, zu der zum Beispiel Herr Richter-Nolte neigt, hat das in seiner Erklärung festgestellt, dann kann man sagen, ihr dürft alles tun, was eben nicht genozidal ist. Also ihr dürft die Militäroperation weiterführen, solange sie nicht das Risiko des Genozids erhöht. Wenn man es weiter versteht, wie auch viele Kollegen, dann ist es zu trennen und es ist generell ein Halt der militärischen Operation. Und jetzt kann man noch einen Schritt weiter gehen und sagen, es ist praktisch eigentlich ziemlich irrelevant, weil es immer auf die Frage ankommt und das ist eigentlich die Kernfrage und Problematik dieses IGH-Verfahrens. Wann ist eine militärische Operation risikobehaftet mit Bezug auf die Genozidkonvention? Also wann kann man aus einer bestimmten Kampfführung, einer bestimmten Situation, die zum Beispiel humanitäre Hilfe verhindert, die zum Beispiel dazu führt, dass ganz viele Mitglieder der Zivilbevölkerung sterben, gerade auch Kinder, davon ausgehen, dass sie genozidal ist? Und dann natürlich die weitere Frage, wann kann man daraus sogar eine Zerstörungsabsicht ableiten? Die Frage, die der IGH ja bisher überhaupt nicht behandelt hat, was ja auch gerade kritisiert wird, weil natürlich diese ganze Plausibilität auch hängt an der Zerstörungsabsicht. Also das ist alles sehr problematisch und ich erkläre mir diese Formulierung so, dass eben das Gericht die Mehrheit von 13 Stimmen, es war ja eine 13 zu 2 Entscheidung sicherstellen wollte, um möglichst viele Richter dafür gestimmt zu haben, dann hat man eben eine sehr ambivalente Formulierung benutzt. Was bliebe denn, wenn man dem weiten Verständnis folgt und sagt, die Offensive muss sofort gestoppt werden, was bliebe dann noch vom Selbstverteidigungsrecht aus der UN-Charta übrig? Naja, sehr viel, denn erstens bezieht es sich nur auf Rafa und zweitens, das sagen auch die Kritiker Israels, kann es immer noch präzise Angriffe machen. Also wir hatten ja gerade nach der Entscheidung, nachdem Gaza, nachdem aus Gaza aus Rafa von Hamas geschossen wurde, hatten wir jetzt die Reaktion von Israel, die zu Toten in diesem Flüchtlingstall geführt hat, wo ja jetzt auch von der Tatsachenseite sehr viel Streit besteht und da wird eben gerade gesagt, das ist eben gerade nicht präzise. Ihr dürft alles machen, was präzise sich gegen die Hamas richtet, sei es wirklich reinzugehen mit Groundtroops und die direkt zu verfolgen oder wenn ihr eben Luftangriffe macht, dann müssen die wirklich präzise sein. Das Selbstverteidigungsrecht steht nicht in Frage, es steht nur in Frage, wie die Kampfführung ist, weil auch beim Selbstverteidigungsrecht darf man keine humanitär-völkerrechtswidrigen Operationen durchführen. Wie macht man einen präzisen Angriff, wenn sich Hamas-Führer unter einem Krankenhaus verstecken? Naja, dann kann man vielleicht keinen militärischen Luftangriff machen, sondern dann muss man eben so à la Osama Bin Laden, Navy SEALs, Sie erinnern sich, an Pakistan muss man halt reingehen und das ist natürlich mit Risiko behaftet für das israelische Militär und rein in das Krankenhaus mit Leuten und konkret diese Hamas-Kämpfer dann suchen. Also das sind natürlich Grenzen von Luftschlägen und da kommt es auch wieder darauf an, was für Bomben werden da verwendet. Sind das Streubomben, sind das Zentnerbomben, die gar nicht präzise Waffen sind? Also es gibt Grenzen, aber auch die Frage des sogenannten menschlichen Schutzschildes ist nicht so einfach zu beantworten, weil aufgrund der Situation von Gaza, der ja so groß ist wie Köln und der Enge dieses Raums, ist es ja fast unvermeidbar, dass sich militärische Zivile mit zivilen Zielen vermischen. Also selbst wenn die Hamas eine völkerrechtsgemäße Organisation wäre, hätten wir das Problem, dass eben anders als in der Ukraine, wo ich meine militärischen Installationen klar von zivilen Objekten entfernt positionieren kann im Grundsatz. Das ist eben in Gaza sehr schwierig, also es ist für beide Seiten eigentlich schwierig. Ja, da kommt dann tatsächlich die Umsetzung des Völkerrechts auch an ganz konkrete Grenzen, einfach aufgrund der räumlichen Gegebenheiten, was natürlich sehr, sehr tragisch ist. Ja, es ist insgesamt eine sehr bewegte Woche gewesen, natürlich vor allem für die Menschen im Gazastreifen in Israel, aber auch völkerrechtlich. Wir haben versucht, das ein bisschen zu sortieren, haben uns einmal die Anträge auf Haftbefehle angeguckt vom Chefankläger beim Internationalen Strafgerichtshof, haben danach auch auf die Entscheidung des Internationalen Gerichtshofs der Vereinten Nationen vom vergangenen Freitag bezüglich der Militäroffensive in Rafag geblickt. Vielen Dank an Kai Ambos, er ist Professor für Straf- und Strafprozessrecht, Rechtsvergleichung, internationale Strafrecht und Völkerrecht an der Georg-August-Universität Göttingen. Vielen Dank, Herr Professor Ambos. Vielen Dank für die Einladung, Herr Klenner. Ja, jetzt kommen wir zu unserem nächsten Thema und zwar, wir haben es eben schon angekündigt, da geht es um den Vorschlag von Bodo Ramelow, eine Volksabstimmung über das Grundgesetz abzuhalten. Und zwar geht das Ganze ja auf ein Interview hier bei uns in der FAZ zurück. In dem Interview hat Ramelow vorgeschlagen, das Grundgesetz in eine deutsche Verfassung zu verwandeln, so wie es der Artikel 146 des Grundgesetzes vorsieht. Und er möchte im Grundsatz das Grundgesetz per Volksabstimmung bestätigen lassen, was natürlich ja viele Fragen aufwirft und ich glaube auch rechtlich stark eingeordnet werden muss. Stefan, sag du doch mal, wie siehst du denn das? Ja, ich finde den Vorschlag erstmal einfach interessant. Es ist ja so, dass er da auch schon ein Echo bekommen hat. Die Ministerpräsidenten von Brandenburg und Sachsen-Anhalt, Dietmar Woidke von der SPD und Rainer Haseloff von der CDU haben ihm widersprochen. Woidke hat dann sogar die Streichung des Artikels 146 aus dem Grundgesetz gefordert. Und damit sind wir natürlich schon genau am Kern. Das ist ja die Norm, wo sich auch Bodo Ramelow drauf beruft. Und man muss zu dieser Norm einfach wissen, dass es sie in zwei unterschiedlichen Fassungen gegeben hat. Einmal in der Fassung von 1949, wie der Parlamentarische Rat, also das Gremium, das das Grundgesetz ausgearbeitet hat, es formuliert hat. Da lautete die Norm, dieses Grundgesetz verliert seine Gültigkeit an dem Tage, an dem eine Verfassung in Kraft tritt, die von dem deutschen Volke in freier Entscheidung beschlossen worden ist. Das war die Idee damals, dass man das so formuliert, weil das Grundgesetz ja zunächst ein Provisorium war und der deutschen Einheit nicht im Wege stehen sollte. Und 1990, als dann ja endlich die deutsche Einheit kam, wurde dann folgender Zusatz eingefügt, und zwar nach dem Wort Grundgesetz, das nach Vollendung der Einheit und Freiheit Deutschlands für das gesamte deutsche Volk gilt. Und diese Hinzufügung, die war ein Kompromiss. Es war nämlich so, dass die deutsche Einheit gar nicht über den Artikel 146 abgewickelt wurde, sondern es gab noch eine andere Norm im Grundgesetz. In Artikel 23 stand damals drin, dass auch andere Teile Deutschlands dem Grundgesetz beitreten können. Das ist die Variante, die bei der deutschen Einheit dann gewählt wurde. Und ja, dann hatten Union und FDP damals gesagt, dann können wir doch eigentlich Artikel 146 jetzt auch streichen. Das war nicht durchsetzbar. Die SPD war dagegen. Und dann war der Kompromiss eben, dass diese Ergänzung gewählt wurde. Und die Norm wird in der Rechtswissenschaft jetzt sehr, sehr unterschiedlich ausgelegt. Es ist so, dass manche sagen, da ist eine komplett neue Norm geschaffen worden, und die ist unabhängig von ihrer früheren Bedeutung. Und andere sagen, naja, die deutsche Einheit war nie der alleinige Zweck der Norm, sondern die Möglichkeit der Verfassungsablösung, die hat eigentlich immer bestanden. Ja, und das Spannende ist dann natürlich, wie müsste so eine Verfassungsablösung denn dann aussehen? Da sind mehrere Varianten im Gespräch. Das sind drei Varianten, über die wir da sprechen können. Zum einen die Variante 1, da geht es um eine klare Volksabstimmung. Dann wäre dann noch eine Variante 2, da geht es darum, dass es Beschlüsse geben müsste oder einen jeweiligen Beschluss vom Bundestag und Bundesrat über das Verfahren. Und die Variante 3 wäre dann eben eine Kombination. Also das heißt, dass erst ein Verfahrensbeschluss und dann eine Volksabstimmung stattfinden würde. Und ja, da müsste man natürlich abwägen, welche Variante die gangbare sozusagen wäre. Ja, und auch wie vertretbar das dann sein müsste, dass eben für die Volksabstimmung dann zunächst das Grundgesetz geändert werden müsste. Ja, das ist auf jeden Fall ein Punkt, der diskutiert wird. Hintergrund ist einfach, dass es natürlich zu diesem Artikel 146 keine Entscheidung gibt und man die Norm dann tatsächlich so auslegen kann, dass das Verfahren einer Verfassungsablösung in diesen drei Varianten stattfinden könnte. Ja, und dann ist man sich auch noch uneinig über die inhaltlichen Anforderungen an so eine neue Verfassung. Da geht eine Mindermeinung davon aus, dass die Ewigkeitsklausel in Artikel 79 Grundgesetz, die ja die Abschaffung der Bundesländer und deren Mitwirkung an der Gesetzgebung oder auch den Kerngehalt der Grundrechte für unantastbar erklärt, dass das da auch gilt bei so einer neuen Verfassung. Allerdings sagen die meisten Staatsrechtler, naja, man muss ja gerade einen Unterschied zwischen einer Verfassungsänderung und einer Verfassungsablösung sehen. Und da gibt es auch ein historisches Argument dafür. Für diese Sicht spricht auch das Statement des zuständigen Berichterstatters Carlo Schmidt im Parlamentarischen Rat. Er betonte, dass die Verfassung nicht im Wege der Abänderung des Grundgesetzes geschaffen werde. Also nichts in diesem Grundgesetz wird die Freiheit des Gestaltungswillens unseres Volkes beschränken. Das war seine Aussage. Ja, genau. Das ist natürlich etwas, was dann bei der Interpretation auf jeden Fall herangezogen werden muss. Ja, was bedeuten denn jetzt diese ganzen Auslegungen eigentlich für Ramelows Vorschlag? Naja, also Ramelow hat im Grunde genommen, wenn man es ganz eng betrachtet, Recht damit, dass die Möglichkeit einer Verfassungsablösung zumindest dem Wort laut nach weiterhin besteht. Allerdings, und jetzt kommt eben auch das große Aber, fraglich dürfte sein, ob sich das Grundgesetz quasi damit ablösen kann. Und die Ergänzung von 1990, über die wir gesprochen haben, könnte dem entgegenstehen. Denn dadurch haben Bundestag und Bundesrat ja deutlich gemacht, dass das Grundgesetz kein Provisorium mehr ist, das einer Bestätigung bedarf. Und im Einigungsvertrag wurde zwar eine Empfehlung vermerkt, wonach sich das vereinte Deutschland innerhalb von zwei Jahren mit der Frage der Anwendung von Artikel 146 befassen sollte. Die gemeinsame Verfassungskommission vom Bundestag und Bundesrat forderte darin aber keine Volksabstimmung. Man kann sagen, es spricht also viel dafür, dass eine Bestätigung des Grundgesetzes damit dann auch erledigt sei. Ja, das ist zumindest das, was sicherlich die meisten Staatsrechtler so sehen würden. Spannend ist jetzt noch, wenn man auf die Begründung von Ramelows Vorstoß guckt. Er argumentiert ja sogenannte Reichsbürger, also Menschen, die die Existenz der Bundesrepublik nicht anerkennen, würden ihre These, dass das Deutsche Reich fortbesteht, auch auf den Artikel 146 stützen. Wie kommt er da drauf? Hintergrund ist eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahr 1973. Damals haben die Karlsruher Richter geschrieben, dass das Deutsche Reich durch die Gründung der Bundesrepublik nicht untergegangen ist und trotz des veränderten Staatsgebiets mit der Bundesrepublik identisch sei. Das ist vielleicht etwas, was uns heute erstmal ein bisschen befremdet. Man muss aber zum Hintergrund wissen, dass das Gericht diese Aussage traf, um das Verhältnis der Bundesrepublik zur DDR zu konturieren. Und da war das durchaus wichtig, um da auch eine gewisse Stringenz nachzuweisen. Und die Reichsbürger, die zitieren diese Entscheidung halt meist ohne diesen Zusammenhang. Und das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt. Ja Katharina, meinst du denn, es wäre so, wenn jetzt so eine Verfassungsablösung kommen würde, dass die Reichsbürger dann damit aufhören würden, diese alte Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts immer wieder anzuführen? Nein, davon ist natürlich nicht auszugehen. Und das ist, glaube ich, in diesem Fall auch der wesentliche Punkt. Die Karlsruher Richter begründeten ihr Urteil nämlich noch mit weiteren Grundgesetzbestandteilen, nämlich der Präambel Artikel 16, Artikel 23 und Artikel 116. Sie wären wohl auch in Rammelos bestätigter Verfassung noch enthalten, zumindest in ihrer heutigen Fassung. Was hat denn Rammelow dann getrieben, diesen Vorschlag zu machen? Also es ist ja tatsächlich sehr, sehr, sehr ungewöhnlich. Ich meine, die deutsche Einheit ist ja jetzt auch schon 34 Jahre her. Wie kommt er dann auf den Vorstoß? Ja, du hast es ja eben auch schon skizziert. Also er begründet es ja eben auch mit den Reichsbürgern, was ja zugegebenermaßen natürlich ein Problem ist. Aber wie wir eben festgehalten haben, kann das als alleiniges Argument überhaupt nicht tragen. Ja, ich glaube ehrlich gesagt, es gab auch noch einen politischen Grund. Es ist ja einfach so, das muss man wissen und ist auch wichtig, um den Kontext zu verstehen, dass Bodo Ramelow in diesem Jahr auch vor einer wichtigen Landtagswahl steht in Thüringen und da ziemlich unter Druck steht. Er ist da ja bisher Ministerpräsident und seine Partei, die Linkspartei, hat dort in Thüringen bei der letzten Landtagswahl ein sehr, sehr starkes Ergebnis erreicht. Jetzt muss er sich sozusagen ja in einem Vierkampf messen mit natürlich der CDU als traditionell dort starke Partei, dann der AfD, die in den Umfragen sehr weit vorne liegt und auch dem BSW, was ja eine Abspaltung der Linkspartei ist. Und da hat er natürlich auch ein Interesse dran, nochmal Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, auch mit einer bewusst ostdeutschen Perspektive. Und das ist zumindest die Deutung von Rainer Haselhoff auch gewesen, dem Ministerpräsidenten des Nachbarbundeslands Sachsen-Anhalt. Das könnte auf jeden Fall auch eine Rolle gespielt haben. Ja, eine spannende Debatte und für uns natürlich im Einspruch-Podcast auf jeden Fall auch sehr interessant, weil diese fast vergessene Norm 146 dadurch nochmal ein bisschen in den Blick gerückt ist. Medienrecht ist ein Thema, das vielen Juristen und natürlich auch Journalisten im Alltag immer wieder begegnet. Entweder bei Recherchen oder bei der Berichterstattung über Personen des öffentlichen Lebens. Deshalb haben wir uns überlegt, mal darüber zu sprechen, wie sich das Medienrecht im Laufe der Jahre gewandelt hat und welche Maßstäbe an eine seriöse Berichterstattung gesetzt werden. Wir wollen dazu einen Blick in das eigene Haus werfen und mal aufzeigen, wie unsere eigenen Juristen so arbeiten und mit welchen Fällen sie sich befassen. Ich freue mich sehr, mit Tilman Winterling zu sprechen, einem der Justiziare der FAZ. Hallo Tilman. Hallo, danke für die Einladung. Gerne. Tilman, du bist einer unserer Syndikusrechtsanwälte bei der FAZ. Wie muss man sich das vorstellen, wenn man als Fachanwalt für Urheber- und Medienrecht für ein so großes Medienhaus tätig ist? Ja, bei uns ist es tatsächlich so, dass wir zwei Perspektiven haben. Einmal diese Spezialistenbrille, die also mit dem Urheber- und Medienrecht sehr genau beschrieben ist. Das kann sein vom klassischen Urheberrecht über das Äußerungsrecht und Presserecht, weitere medienrechtliche Fragestellungen, aber dann eben auch so Generalistenfragen im IT-Recht, was jeden Tag anfallen kann, versicherungsrechtliche Fragen. Ein Partner ist insolvent gegangen. Hier muss man dann quasi eher als Generalist seine Brille aufziehen oder als Generalist mit dem juristischen Standard-Handwerkzeug arbeiten. Dafür braucht man dann eigentlich weniger Spezialwissen als ein gutes Judiz, Risikobewusstsein und so das antrainierte juristische Bauchgefühl. Viele verbinden Medienrecht ja mit spektakulären Auseinandersetzungen mit Prominenten, die sich gegen eine kritische Berichterstattung wehren. Das ist bei der FAZ natürlich nicht in so großem Umfang der Fall wie beispielsweise bei Boulevard-Medien. Wie oft kommt so etwas trotzdem vor? Also prinzipiell hast du natürlich recht, wir als Haus stehen nicht so unter Feuer, weil wir kein Boulevard oder Yellow machen. Dazu kommt für uns erfreulicherweise, dass unsere Kolleginnen und Kollegen auf so hohem Niveau arbeiten, dass relativ wenig Fehler in der alltäglichen Praxis passieren und weshalb wir jetzt häufig noch gar nicht so sichtbar sind wie diese Promifälle, die man so aus anderen Zeitungen und der Berichterstattung kennt, liegt natürlich auch daran, dass im Presserecht immer eine Abmahnung vorgeschaltet ist vor dem eigentlich gerichtlichen Vorgehen. Das heißt, die Parteien sind gehalten, bevor gerichtliche Hilfe in Anspruch genommen wird, das untereinander zu regeln und das fliegt natürlich eher so ein bisschen unter dem Radar. Deswegen die Abmahnung selber können wir wahrscheinlich im Monat so an einer Hand und an wenigen Fingern von einer Hand abzählen. Und dann kommt natürlich noch dazu, dass eine Abmahnung natürlich von jedem verschickt werden kann. Da kann also mal mehr und mal weniger dran sein. Und deswegen tatsächlich gerichtliche Verfahren im klassischen Äußerungsrecht werden wir wahrscheinlich im Jahr in einer einstelligen Zahl haben. Es gibt ja trotzdem einen bestimmten Fall, über den wir an dieser Stelle mal etwas ausführlicher sprechen können. Und zwar hat die FAZ vor einigen Jahren auf dem Höhepunkt der MeToo-Debatte ein Urteil erstritten, bei dem es um einen deutschen Rapper ging. Vielleicht kannst du das nochmal erzählen. Was genau war der Gegenstand der Debatte? Also im Kern ging es darum, dass wir darüber berichtet haben, dass ein Rapper seine ehemalige, damals schon ehemalige Freundin geschlagen und wohl getreten hat und soll sie auch bedroht haben. Und diese Fälle haben natürlich so diese ganz klassischen Voraussetzungen von MeToo oder Probleme, die es bei der MeToo-Berichterstattung gibt. Also es ist eine Aussage-gegen-Aussage-Konstellation und es ist ein Sachverhalt, der quasi schon von der Natur der Sache tief ins Privat- und Intimleben der Beteiligten geht. Und gerade diese Berichterstattung ist ja jetzt aktuell auch immer wieder Thema, diese Verdachtsberichterstattung. Und da kam es für uns eben darauf an, es gibt verschiedene Voraussetzungen. Unter anderem kam es darauf an, ist denn das Berichterstattungsadresse so groß, dass wir darüber berichten dürfen. Und hier hat uns dann in die Karten gespielt, sag ich mal flapsig, dass tatsächlich dieser Rapper dem Genre des Gangster-Rap wohl verpflichtet ist. Und die Themen des Gangster-Raps sind natürlich Gewalt, Sexismus, Drogen. Und diese Akteure haben natürlich auch eine gewisse Vorbildfunktion bei Jugendlichen. Das heißt, dass man sagen konnte, natürlich besteht hier ein Berichterstattungsinteresse. Und das hat am Ende des Tages, nach einer langwierigen Auseinandersetzung auch das Kammerrecht Berlin so gesehen, hat gesagt, das ist in dem Fall eine recht vorbildliche Berichterstattung gewesen. Eine Verdachtsberichterstattung, wie die sonst jetzt auch im Rahmen von den anderen MeToo-Fällen, wie du gesagt hast, immer wieder zum Tragen kommen. Wie schnell bekommt man denn ein Gespür dafür, ob so ein Fall zu gewinnen ist? Kann man das sagen? Ja, also bei uns in der Rechtsabteilung sind wahrscheinlich irgendwie zwischen 30 und 40 Jahren Berufserfahrung als Anwälte. Das heißt, man hat schon relativ viel gesehen. Man sagt immer, man erwischt sich immer wieder dabei, dass man das quasi in dem Beratungsgespräch sagt, vor Gericht und auf hoher See ist man in Gottes Hand. Also man kann natürlich nie am Ende komplett sicher prognostizieren, wie es ausgeht. Aber man hat eben so dieses Gespür und das kriegt man relativ schnell, glaube ich. Gerade so in der anwaltlichen Praxis, die alle, also wir sind drei Justizjahre, die wir alle haben. Ja, und ich glaube so nach den ersten vier, fünf Fällen, die man begleitet hat, hat man schon so ungefähr Pi mal Daumen eine ganz gute, ganz gutes Judiz dafür. Du hast ja eben schon ein wichtiges Stichwort genannt, nämlich die Verdachtsberichterstattung, in die, ja, in die Situation kommt man natürlich als Journalist immer wieder, dass man über Fälle berichtet, in denen man damit konfrontiert ist, nämlich manchmal noch nicht alles weiß, aber trotzdem natürlich berichten muss, weil es ja die Öffentlichkeit tangiert im weitesten Sinne. Da ist ja wichtig zu erwähnen, dass ihr ja nicht erstes Spiel kommt, wenn das Kind sozusagen schon in den Brunnen gefallen ist, sondern dass ihr auch komplexe Recherchen ja schon von Anfang an begleitet. Wie kann man sich das vorstellen? Also wir haben das immer wieder, dass Kollegen schon ganz früh Bescheid sagen und sagen, wir haben hier einen Themenkomplex, da würden wir euch gerne mit dazu holen, schaut ihr mit drauf, dann hören wir uns erstmal den Sachverhalt an, um den es geht, geben, also inhaltlich natürlich keine Tipps, aber wir geben Tipps, in welche Richtung man recherchieren könnte, was aus unserer Sicht jetzt schon absehbar ist, wo es Probleme geben könnte, wo man also besser noch mehr als zwei Quellen hat und besser noch mehr als einmal nachgefragt hat. Dann laufen quasi die ersten Recherchen und dann schauen wir schon, wenn es soweit ist, über den ersten Textkorpus drüber oder über Entwürfe und sehen dann natürlich auch schon Formulierungen. Und dann sprechen wir da gemeinsam drüber, sagen, okay, wenn das hier Zitate sind, sind die abgesichert. Wir prüfen im Hintergrund zusammen nochmal Fakten. Manchmal sind es aber auch Sachen wie, man hat eine Behörde verweigert irgendwelche Auskünfte, da helfen wir bei der Formulierung von Anfragen Stellungnahme ersuchen. Da sind wir also frühzeitig mit drin, bis hin dann der fast finale Text, den wir nochmal in Korrektur lesen und sagen, das stimmt so, das können wir guten Gewissens veröffentlichen, das ist sauber recherchiert. Oft kommen wir als schreibende Redakteure ja auch auf euch zu, um vor der Veröffentlichung eines Artikels nochmal über einzelne Passagen drüber schauen zu lassen, ob es da rechtliche Bedenken gibt oder auch bestimmte Darstellungen nochmal gegen lesen zu lassen. Hast du den Eindruck, dass die Sensibilität in den vergangenen Jahren größer geworden ist, was geschrieben werden kann und was nicht, weil sich auch die Rechtsprechung dahingehend verändert hat? Also ich glaube eigentlich, dass der rechtliche Rahmen an sich bis auf Details ist gleich geblieben. Was sich verändert hat und mit Sicherheit auch zu einer anderen Sensibilisierung führt bei den Akteuren, ist so dieser Fokus, der dadurch entstanden ist, dass es so viel Berichterstattung über Berichterstattung gibt. Also gerade jetzt im Rahmen der MeToo-Fälle wurde immer wieder auch gefragt von anderen Medien, durfte denn so berichtet werden? Das heißt, es gab relativ breite Berichterstattung über Verdachtsberichterstattung an sich. Und ich glaube, dadurch ist auch das Publikum sensibler geworden für diese Inhalte. Das hat aber für uns quasi im Hintergrund an der Beratung nicht viel geendet, weil der Rechtsrahmen eben gleich geblieben ist und bei uns natürlich die Leute im Haus selber entscheiden, was sie und wie sie es aufschreiben. Das heißt, unser juristisches Handwerkszeug ist eigentlich gleich geblieben. Ich will aber nicht ausschließen, dass einzelne Leute eben anders auf diese Themenkomplexe gucken. Ein weiteres spannendes Thema, mit dem ihr auch zu tun habt, betrifft die Internationalität der Kollegen. Ich weiß nicht, viele wissen das ja gar nicht, aber die FAZ hat ja neben der New York Times eines der größten Korrespondentennetzwerke überhaupt. Und ihr habt natürlich auch damit zu tun, dann die Kollegen im Ausland zu beraten. Mit welchen Fällen hattet ihr denn da an der Vergangenheit zu tun? Also das ist auch wieder die große Mischung Generalisten und Spezialistenfragen. Generalistenfragen können sowas sein wie, auf dem Dach des Büros in Brüssel hat es gebrannt und wir müssen jetzt, ein Team muss einmal vor Ort hinfahren und gucken, was ist beschädigt worden. Dann sprechen wir mit den Versicherungsleuten, dann sprechen wir mit dem belgischen Vermieter. Solche Sachen machen wir oder aber auch tatsächlich relativ unspektakuläre Umzüge, wo Sachen geplant werden, aber auch immer wieder Fragen, die Kollegen aus dem Ausland haben, Berichterstattung, die ganz konkret ist. Also zum Teil wurden dann Videos mal geleakt, wo die Frage war, hier haben das sämtliche Medien berichtet, können wir das auch machen? Und wir schauen uns dann diese konkreten Sachverhalte an und bewerten das dann eben mit der deutschen Juristenbrille für Deutschland. Aber tatsächlich ist sowas auch ein bisschen das Salz in der Suppe, das einem hier nie langweilig wird. Das glaube ich. Als Medienanwalt seid ihr natürlich auch sehr nah dran an gesellschaftlichen Entwicklungen. Eine davon betrifft ja auch ein Thema, was auch zugenommen hat, nämlich die Aggressivität gegenüber Journalisten. Das betrifft E-Mails, die bei uns eingehen, beleidigenden Inhalts. Manchmal sind es auch Drohungen, die ausgesprochen werden. Wie geht ihr denn damit um? Also da haben wir zwei verschiedene Szenarien. Einmal das, wie du sagst, dass tatsächlich Kolleginnen und Kollegen konkret angegangen werden, also angesprochen werden in E-Mails oder Briefen und Zuschriften, beleidigt, bedroht werden. Da unterstützen wir natürlich bei den Stellen von Strafanzeigen. Da begleiten wir auch diese Verfahren, weil das nichts ist, was Kollegen von uns sich irgendwie bieten lassen müssen. Das ist in letzter Zeit, kommt das leider relativ häufig vor. Ich glaube auch die Intensität hat zugenommen. Also das ist eben nicht mehr nur irgendwie der Artikel war schlecht und das in drastischen Worten, sondern es geht auf eine sehr persönliche Ebene, was erschreckend ist. Und was wir immer wieder haben, was irgendwie in den letzten Wochen deutlich mehr ist als die persönlichen Angriffe sind so generelle Zuschriften, wo Leute uns dann zuweilen nur informieren wollen, dass sie irgendeine aberwitzige Anzeige erstattet haben, aber bis hin zu Aufklärungsbriefen von Leuten, die die jüdische Weltverschwörung aufgedeckt haben und uns informieren. Oder auch tatsächlich leider Reaktionen auf historische Artikel, die bei uns kommen, wo dann sehr weitschweifig erklärt wird, ob und wie der Holocaust nun wirklich stattgefunden hat. Und da prüfen wir als Rechtsabteilung auch immer wieder, müssen da strafrechtliche Schritte eingeleitet werden, begleiten die dann und sind da eben entsprechend auch so ein bisschen das Schutzschild für die Abteilung. Also das ist eine definitiv neue Entwicklung, die sich da aufgetan hat. Ja, auch wieder so eine Frage der Intensität, würde ich sagen. Also das wird es mit Sicherheit immer gegeben haben, aber ich glaube, die Häufigkeit und auch so dieser Bedrohungscharakter, der hat deutlich zugenommen. Interessant. Du hast schon gesagt, ihr seid ein Team von drei Leuten. Vielleicht kannst du nochmal ganz generell erläutern, wie so euer Arbeitsalltag aussieht. So aus Journalistensicht kann ich ja nur sagen, unser Arbeitsalltag sieht jeden Tag anders aus. Wir wissen morgens nicht, was der Tag bringen wird. Ist das bei euch auch so? Es ist tatsächlich sehr, sehr ähnlich. Also mit jeder E-Mail kann irgendwas völlig Wildes kommen, wo man weiß, das hat man in seinem ganzen Leben noch nicht gemacht oder man muss irgendwelches Wissen, lange verschüttetes aus dem Studium wieder raufholen, dass man also auf einmal verwaltungsrichtliche Eilverfahren begleiten muss. Es sind manchmal Rechtsgebiete, mit denen man sonst auch so gar keinen Kontakt hatte. Wir haben relativ viel Datenschutz zu tun, was bei uns aber ein Kollege schwerpunktmäßig macht. Und ich würde sagen, so dieses klassische Presse und Äußerungsrecht sind vielleicht so 30, 35 Prozent am Tag und der Rest ist aber auch viel so alltäglich auf Zuruf. Also wenn Kollegen, dafür sind wir ja natürlich auch da und unsere Tür immer offen, einfach spontan Fragen haben oder Unsicherheiten. Das kann sein, darf das Foto so und so benutzt werden? Wir haben ein Logo designt, wie sehen die Markenrechte da aus? Es gibt mal IT-rechtliche Fragen oder Geheimhaltungsvereinbarungen mit potenziellen Partnern, die geprüft werden müssen. Und das ist tatsächlich jeden Tag neu. Es ist häufig so, dass man das dann schon kennt über die Zeit, die man hier ist, weil man weiß, ach okay, das habe ich doch neulich schon mal gemacht. Aber manchmal ist es auch wirklich einfach, man fängt wieder bei Null an, sucht sich das Gesetz raus, guckt rein und sucht sich was zusammen. Und das macht schon tatsächlich einfach einen sehr abwechungsreichen Tag, der dann viel Spaß macht. Ja, das klingt so. Sehr, sehr spannend. Ja, vielen Dank für diese Einblicke. Da kann auch ich immer wieder viel bei lernen, obwohl wir natürlich ab und an immer wieder mal zu tun haben, wenn es um konkrete Artikel geht. Also ich habe ja schon gesagt, wir kommen oft auf euch zu und bitten euch dann um euren Rat. Aber die Vielfalt, das ist doch ganz erstaunlich, die ihr da abdeckt. Und wir möchten gerne auch bei der Gelegenheit auch den Hinweis nicht unerwähnt lassen, dass es ja möglich ist, bei der FAZ auch eine Referendariatstation zu absolvieren. Wer sich da informieren möchte, kann das tun unter frankfurterallgemeine.de slash Referendariat. Dort finden Bewerber alle weitergehenden Informationen. Und ja, ich kann mich nur bedanken und wünsche dir vor allem jetzt auch weiterhin einen guten Tag mit viel Abwechslung. Danke, Tillmann. Vielen Dank. Ja, wir kommen zum gerechten Urteil. Das ist ja mal meine Lieblingsrubrik. Das sind immer interessante Fälle, die wir da besprechen. Ja, in dieser Woche geht es um ein Thema, was uns glaube ich lange beschäftigt hat, nämlich das Thema Corona. Und ganz konkret um die Frage, ob ja Stellen in den Corona-Protokollen geschwärzt werden dürfen oder nicht. In der vergangenen Woche wurde ja durch die FAZ bekannt, dass das Verwaltungsgericht Berlin das Kanzleramt dazu verurteilt hat, die Protokolle des Expertenrats einem Frankfurter Arzt umfassender zur Verfügung zu stellen als bisher. Wir haben die Entscheidung heute als gerechtes Urteil ausgewählt, eben aus diesen eben besagten Gründen. Stefan, erklär doch mal, worum es da an dieser Entscheidung genau geht. Ja, ganz genau geht es um die Sitzungen, die zwischen Dezember 2021 und April 2023 stattgefunden haben. Durch den Corona-Expertenrat haben 33 Sitzungen stattgefunden mit 19 Wissenschaftlern. Und dieser Expertenrat sollte nun Schlussfolgerungen aus der Pandemie ziehen. Der Frankfurter Arzt hat dann im Juli 2023, also nachdem dieser ganze Sitzungsmarathon abgeschlossen war, auf Grundlage des Informationsfreiheitsgesetzes Zugang zu den Passagen gefordert, also zu den ganzen Protokollen und hat dann eben nur diese geschwärzten Passagen zur Verfügung gestellt bekommen. Damit war er nicht einverstanden und klagte dann vor dem Verwaltungsgericht Berlin. Mit dieser Klage hat er auch Erfolg, aber nur teilweise. Wie kommt das? Naja, das Informationsfreiheitsgesetz lässt ja eine Reihe von Ausnahmen zu, wann der Staat den Bürgern keinen Einblick in seine Unterlagen geben muss. Und die Bundesregierung hatte sich bei den Schwärzungen auf drei verschiedene Ausnahmen berufen. Eine Ausnahme sah der zuständige Verwaltungsrichter nicht als gegeben an, eine andere schon. Da hat er gesagt, hat die Bundesregierung recht. Und bei der dritten konnte er noch keine Entscheidung treffen. Ich glaube, wir müssen uns die Ausnahmen mal im Einzelnen anschauen, weil das ist ja ganz interessant, was dann da zutage tritt. Vielleicht kannst du mal kurz skizzieren, wo hatte der Kläger denn Erfolg? Ja, die Bundesregierung muss alle Stellen entschwerzen, wo es um Statements zur Wirksamkeit bestimmter Medikamente oder Impfstoffe geht. Das Bundeskanzleramt hatte argumentiert, die Offenlegung dieser Passagen könne eine faire Teilnahme des Staats am Wirtschaftsleben gefährden. Und damit haben sie den Verwaltungsrichter nicht überzeugt. Er hat gesagt, naja, diese Informationen werden sich wahrscheinlich nicht auf Preisverhandlungen zu Impfstoffen bei künftigen Pandemien auswirken. Es ist ziemlich wahrscheinlich, dass diese Infos auch auf anderem Wege sich besorgt werden können. Und außerdem sei auch davon auszugehen, dass bei künftigen Pandemien ohnehin ganz neue Erkenntnisse relevant sind. Da geht es ja dann um andere Viren, vielleicht auch um andere Impfstoffe. Und deshalb droht dem Staat, wenn diese Informationen jetzt bekannt sind und der Arzt das nachlesen kann in den Protokollen, kein wirtschaftlicher Nachteil. Und deshalb muss es entschwerzt werden. Und manches muss ja auch geschwärzt bleiben. Wo konnte die Bundesregierung das Gericht denn überzeugen? Ja, das betrifft alles, was unter den Ausnahmetatbestand fällt, dass die internationalen Beziehungen Deutschlands nicht gefährdet werden dürfen. Da geht es vor allem um die deutsche Perspektive auf die chinesische Corona-Politik. Da wurde wohl innerhalb des Expertenrats auch ziemlich Klartext gesprochen. Man kann davon ausgehen, dass das für die Chinesen nicht unbedingt schmeichelhaft war. Und wenn das jetzt eben bekannt würde, kann man davon ausgehen, dass die chinesische Regierung das auch deutlich machen würde, nicht begeistert wäre. Sie hat sich da in der Vergangenheit durchaus sehr sensibel gezeigt. Und da hat eben der Verwaltungsrichter gesagt, wenn es dann um so eine Abwägung geht, wie würde sich, wenn das bekannt würde, dass die internationalen Beziehungen Deutschlands auch verschlechtern. Da hat die Bundesregierung einen Einschätzungsspielraum und den darf sie so nutzen, dass sie an diesem Punkt die Protokolle schwärzt. Interessant, dass da sozusagen dann so viel Raum gegeben wurde auf Seiten der Bundesregierung. Ja, zu sehr vielen Passagen, die bislang geschwärzt sind, hat das Gericht ja noch keine explizite Entscheidung getroffen. Das stimmt. Das ist tatsächlich ein ziemlich dicker Batzen. Das sind vor allem eigentlich immer so die Zuordnungen der Namen, dass du also bestimmte Statements einzelnen Experten zuordnen kannst. Und da hat der Richter gesagt, er kann deshalb noch keine Entscheidung treffen, weil ja da die rechte Dritter, also in dem Fall der Experten, betroffen sind. Und die müssen erstmal in einem Drittbeteiligungsverfahren gehört werden. Er hat aber dann doch auch schon ein paar Maßstäbe erkennen lassen, was denn mögliche Ausnahmen sein könnten, wenn sich diese Experten darauf berufen. Und das betrifft vor allem ihr allgemeines Persönlichkeitsrecht. Da schreibt der Richter, die Beratungen hätten in einer Ausnahmesituation stattgefunden und deshalb gäbe es bei den beteiligten Fachleuten ein gesteigertes, außergewöhnliches Interesse an der Vertraulichkeit ihrer Äußerungen, zumal die Geschäftsordnung des Expertenrats auch so formuliert war, dass das Gremium unter Ausschluss der Öffentlichkeit tagt. Also die Experten wirklich das Gefühl hatten, wir können da jetzt unter uns Klartext sprechen. Der Richter schreibt aber auch, dass jenseits dieses Vertrauensschutzes die Bundesregierung jetzt nicht argumentieren konnte, die Sicherheit der Fachleute sei andernfalls gefährdet. Das war noch so ein Zusatzargument, was die noch hinzugezogen hatten. Da hat er gesagt, da ist die Gefahrenprognose zu unkonkret. Die Bundesregierung hatte da auf die Querdenker-Szene abgestellt, aber keine allzu konkreten Gefährdungen beschrieben. Das hat ihn nicht überzeugt, aber natürlich dieses starke Argument allgemeines Persönlichkeitsrecht, das steht durch das Urteil auf jeden Fall im Raum. Und wie geht es denn jetzt weiter? Ja, die Entscheidung ist noch nicht rechtskräftig. Antrag auf Zulassung der Berufung ist sehr wahrscheinlich, da der Kläger wahrscheinlich insbesondere mit der Wertung, dass aufgrund des Vertrauensschutzes nach einem Drittbeteiligungsverfahren dann eine Zuordnung der Aussagen im Expertenrat eben immer noch nicht möglich sein wird, wohl kaum einverstanden sein wird. Über diesen Antrag entscheidet dann das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg. Wir im Einspruch-Podcast und auch auf FAZ-Einspruch mit unseren Gastbeiträgen bleiben natürlich an dem Thema dran. Stefan, du hast dich ja sehr intensiv auch mit dem Urteil beschäftigt. Warum hast du das denn als gerechtes Urteil ausgewählt? Ja, ich habe da natürlich drüber nachgedacht. Mir ist völlig bewusst, dass dieses Thema Corona-Expertenrat natürlich ein sehr emotionales Thema ist und auch durchaus von unseren Hörern unterschiedlich bewertet wird. Man muss ja insgesamt sagen, dass diese Corona-Pandemie sehr, sehr stark polarisiert hat und auch die Art der Entscheidungsfindung sehr polarisiert hat. Ich finde, dass mit dieser Herausforderung der Richter aber sehr gut umgeht. Er fällt kein Pauschalurteil, sondern bleibt hier ganz streng an den Anforderungen des Informationsfreiheitsgesetzes und wägt dann Schritt für Schritt ab, welcher Ausnahmetatbestand könnte begreifen und welcher nicht und kommt dann eben auch zu unterschiedlichen Wertungen. Natürlich könnte man, und das wird sicherlich dann in der Rechtswissenschaft, wenn diese Entscheidung dann auch besprochen wird und möglicherweise auch die Folgeentscheidung der nächsten Instanz besprochen wird, stark diskutiert. Man kann da auch zu anderen Wertungen kommen. Man könnte zum Beispiel diskutieren, ob nicht dieser Spielraum der Bundesregierung bei internationalen Entscheidungen hier schon sehr weit geht. Umgekehrt könnte man auch sagen, ob jetzt wirklich diese Zuordnung der Namen so problematisch ist, kann man auch hinterfragen, weil natürlich viele Experten in der Zeit sich auch öffentlich geäußert haben und vielleicht manchmal auch nur das in dem Protokoll steht, was eh schon öffentlich gesagt wurde. Also das ist alles unterschiedlich zu diskutieren und vertretbar. Ich finde aber die Argumentation des Richters zumindest in sich schlüssig und plausibel. Das ist ein gutes Argument für ein gerechtes Urteil. Naja, und dann weißt du ja, Katharina, ich gucke auch immer auf die Examensrelevanz und Informationsfreiheitsgesetz ist natürlich ein wichtiges Thema. Die Prüfung der Ausnahmetatbestände ist durchaus komplex und das kann man mit der Entscheidung auch sehr gut üben. Sehr schön. Ja, das denke ich auch. Das klingt auch alles sehr plausibel, wie du es dargelegt hast und sehr spannend. Und du hast ja gesagt, wir bleiben dran an dem Thema und das wird sicherlich nicht das letzte Wort dazu sein. Wir kommen nun zum Ende unserer Sendung. Ja, wer uns eine Hörerfrage stellen möchte oder Rückmeldungen und Themenideen hat für unseren Podcast, kann sie gerne an einspruchpodcast.frz.de schicken und die Hörerfrage, über die wir uns natürlich immer besonders freuen, senden Sie uns bitte als Sprachnachricht. Unter faz.net slash einspruch minus quiz können Sie jetzt noch auf der Zielgeraden bis Ende des Monats Mai am großen Grundgesetzquiz von FAZ Einspruch teilnehmen. Sie wissen, wer dort drei Fragen zum Grundgesetz richtig beantwortet, der erhält ein kostenloses Probeabo von FAZ Einspruch. Wir verlosen außerdem dreimal zwei Tickets für unseren Podcast mit Publikum im November in Berlin, inklusive Hotelübernachtung, Führung durch das FAZ Hauptstadtbüro und Mittagessen mit der Redaktion. Ja und auf Instagram sind wir natürlich auch zu finden, da unter fhz.einspruch und ich habe es vorhin schon erwähnt im Gespräch mit Tilman Winterling, dass wir natürlich auch immer auf der Suche sind nach Referendaren, die gerne bei uns eine Station absolvieren möchten. Die können sich gerne an uns wenden unter frankfurterallgemeine.de slash Referendariat. Dort finden Sie nämlich alle weitergehenden Informationen. Dann wünsche ich auf jeden Fall allen eine schöne Woche und vielen Dank fürs Zuhören und ich würde sagen bis bald. Auch von mir eine schöne Woche und bleiben Sie einspruchtreu.